Jetzt mehr ehrlich, wie viele Bücher stehen in deinem Regal, deren tollen Inhalte du nie angewendet hast? 1, 10, 50? Das ist doch verrückt. Lass uns das mal auf der Zunge zergehen. Wir eignen uns Wissen an, das uns im Leben weiterbringen kann und wenden das nicht an. Macht das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Ich sage dir jetzt mal einen ketzerischen Satz. Wissen ohne Anwendung bedeutet Nichtwissen. Und das wird dir mit diesem Buch nicht passieren. Du findest im Buch einen Rabattcode, der dir einen kostenlosen Zugang zu einem Videotraining ermöglicht. In diesem Training, das du jederzeit unter www.bonuskurs.de aufrufen kannst, findest du Spannende und unterhaltsame Videos zur Wiederholung der neuen Informationen. Du findest Quizfragen, die sofort ausgewertet werden und du damit dein neues Wissen vertiefst. Und du erhältst Zusatzübungen, die dir dabei helfen, dein neues Wissen in der Praxis anzuwenden. Deine Kommunikation wird damit zielführender und du erreichst bessere Ergebnisse und wirst erfolgreicher. Profitiere mit dem Buch von einem kostenfreien interaktiven Training von fast einer Stunde Laufzeit. Bis dann und viel Spaß damit. Wir hören und wir sehen uns. Dein Frank Dein Frank Dein Frank Untertitelung des ZDF für funk, 2017